Schwarzblende, Schwarzblende, Schwarzblende und wir sind da! Wir sind da! Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Ivan Gandolf. Wir sind in Heide. In Heide? Wo ist das? Wo ist denn Heide? Heide, da. Da wo Marktkauf ist. Da wo Marktkauf ist. Da ist Heide. Wo sind wir hier? Willst du das schon verraten? Willst du das schon verraten? Ich verrate jetzt, was wir machen. Wir werden jetzt in diesen wunderbaren Weg gehen und werden uns dann ins Getümmel der Leute stürzen und uns eine Oktoberfest! Vollstümliche Bespaßungsweise in Norddeutsche antun. Und ich brauche die GoPro als Actioncam, weil wir in eines der schnellsten Karussells der Welt steigen werden. Karussell, sind wir im Heidepark? Deswegen sind wir in Heide! Deswegen sind wir auch in Heide! Heidepark! Vorhang auf, komm mit uns in den Heidepark! So, also jetzt mal Butter bei die Fische. Heidepark, das war jetzt nicht so ganz die Wahrheit. Natürlich Heidepark, drehe ich aber um, dann siehst du den Heidepark. Ich soll mich umdrehen? Ja, drehe ich um. Okay, ich drehe mich jetzt um. Okay, ich drehe mich um. Ich drehe mich um. Wir sind im fucking Heidepark! Und dann fahren wir Riesenrad, Pedder. Ja. Da haben wir aber ne schöne Aussicht. Da haben wir aber ne schöne Aussicht. Keine Action. Super Hopser ist auch da. Super Hopser, alle sind sie heute mit dabei. Aber wir müssen dann fragen, ob man das ein bisschen langsamer macht, ein bisschen schnell. Ja, das fährt natürlich sehr schnell. Ja, wenn das jetzt rausbricht aus der Halterung und dann über den Marktplatz rollt, ist das ganz schön schnell. Wie, was? Bier! Vom Fass! So, jetzt gibt es erstmal lecker B. I. I. B. E. E. Rrrrrr. Bier. Bier! 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 Samstag, genau. Da kann man sich ja mal ein Biergönnchen mit. Und wo sind wir? Im Heidepark. Hello darkness my old friend. Und wie sieht's aus? Ihr Autoscooter voll mit dabei oder was? Autoscooter geht ab. Autoscooter geht immer ab. Ok, let's go. Ok, let's go. Ok, let's go. Ok, let's go. Let's get this loose here. Kriegst du das hin oder was? Ja, wir sind irgendwie falsch gestartet. So, einmal ganz kurz das Ducken so blinken. Was soll das? Ja, ich kann ja auch. Au. Unternehmens ist mein Wasserladen. Unternehmens Fassbude. Das Läger den Zug einschrecken. Amplen. Ihr seid auf den Weg raus. Ja, ich kann ja auch. Ich bin da, ich kann ja auch aus. Ich bin da. Das ist einsschrecken, aber ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Aber den athletes haben. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Loser, 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 loser hier! Aaaaaaah! Fertiggemacht! Fertiggemacht, Herr Moi! Was? Fertiggemacht? Fertiggemacht! Fertiggemacht? Haben wir uns fertiggemacht, Pedas-Horizont? Ich bin immer noch überwältigt davon, was ein Autoschoolership heutzutage kostet. Kohle, 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 Kohle. Kohle, 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 Kohle. Coole, Kohle, Lalalala. Coole, Kohle, Tralala. Wenn ihr auf den Jahrmarkt geht, einmal Autoschooler fahren, ein cooler Pedo, 100 Euro weg, aber Spaß gern. Wo gehen wir jetzt hin? Weiß ich nicht, auf jeden Fall gehen wir zu langsam. Hüpfen! Alles zu langsam, warte! Aber deswegen gehen wir in Jumper! Ja, in Jumper. Vielleicht ist der Jumper schneller? Der Jumper ist auf jeden Fall schneller. Ich finde es schade, dass es hier keinen Shaker gibt. Kennst du ja den Shaker? Nein, das ist der Breakdancer, nur mit drehenden Gondeln. Ah, gerüttelt und nicht geschüttelt, äh, geschüttelt und nicht gerührt. Ja, sehr schade, dass es den hier heute nicht gibt, aber dafür gibt es dieses Kinderkarussell. Da, da. Das sieht gefährlich aus. Ja, das ist mir zu gefährlich. Das ist dir zu gefährlich. Und wahrscheinlich auch viel zu schnell für mich. Ja, das sieht auch sehr schnell aus. Da gibt es ein Polizeihelikopter. Ei, das ist aber geil. Oh, ja. Helikopterfliegen ist gut. Aber wir gehen jetzt in Jumper. Wir gehen in Jumper. Ja, in Jumper. Ja, in Jumper. Oh, kannst du das gefährlich gewinnen, Nils? Der will das haben. Genau, Tor will das haben. Petter, hol das. Was sollen wir denn machen? Du musst den Faden durchschneiden. Da ist eine Schere da oben. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Ah, zu weit. Schade. Nochmal mitfahren. Gewinne, gewinne, gewinne. Spaß haben hier. Zwei Spiele. Ja, es gibt nur zwei Chancen. Zwei Chancen. Ah, viel Kurs. Fast. Fast. Jetzt zu eux oder Menschen beraten? Ja. Jetzt zu jetzt πάren. Sie- man fragen von dir, wie du bist. Du musst nur sagen, dass du okay bist. Aber du eigentlich wirklich keine cookie för insurance. Weil sie nie wirst systemair. Ich bitte das mal an. Fortschauen! Ruhig! Bleiben Sie ruhig! Du wolltest dieses Tierchen haben! Aber dafür geben wir jetzt deine Entschädigung in den Jumper! Wir werden schnell! Ich wollte dir das Tierchen haben! Wer kriegt denn dieses Bestmatch-Ship? Ja, das. Gewinne! Hey, so musst du tanzen! Dann bist du erfolgreich! Wir haben es geschafft! Bäm, bäm, Digga! Na, Logo! Jaaa! Wupp, wupp, wupp! Wir fahren gleich mit dem Jumper! Bist du denn auch schon groß genug dafür? Natürlich! Ich bin schon... So, halt! Ich glaube, Peter hat Angst davor! Peter, komm! Ich hab hier Spitz-Gasch! Ich hab hier Spitz-Gasch! Mit Rollo rückwärts! So, Spaß haben! Jaaa! Spass, 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 Spass! Bist du sicher? Ne, so kippt das um! Ach so! Ego! Ego! Die Sonne kommt raus zu unserem Tod! Jaaa! 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 Jaaa, Ben! Nein, das fällt nicht nur da! Ja, die fällt nicht nur da! Aber es ist immer zu langsam! Viel zu langsam, es geht doch schneller! Oh nein, die Kamera! Ich hab sie wieder gefangen! Da war das Geschäft wohl zu schnell! Also es war schneller als die Schneebahn! Ja, aber nicht viel! Oh, es geht weiter! Es geht los! Hälter! 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 Ja, Peter! Oh, Peter sieht kaum! Warte! Du bist rot auf der Wand! Ja, Peter! Ja! 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 Nein, nein! Wir müssen gleich noch Rain Dancer fahren! Ja! Oh, Alter! Das ist aber langsam! Langsam! Ja! 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 Nein! Ja, lass' doch! Lass' doch! War's das schon? Ich glaub' das war's schon. Nee, kommt noch was! Ja! 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 Boah! Da ist das Heile! Da ist das Heile! Boah! Da ist das Heile! Da ist das Heile! Ja, Mann! Mir geht es richtig gut! Hast du dich eingekackt, Ed? Wir fahren schon vier Minuten! Vier Minuten! Vier Minuten! Ah, schön! Das war schön! Petter, wir kriegen jetzt die Augen! Du musst leider nochmal fahren! Zu langsam! Viel zu langsam! Ja, ja, viel zu langsam! Und nächste Woche im Heidepark! Los geht's! Der Spaß beginnt! Erleb' unsere Welt! Sie ist nur für dich bestimmt! Tauch ein! Du wirst es lieben! Wirst Lachen und Staunen! Gänsehaut krieg! Stell die Augen zu und ziehst! Fang die Träume ein, genieß! Dann erlebe den Tag! Im schönen Heidepark!